jetzt geht's ab hier! ready! geht los adrian! geht los adrian! jawoll der sonne entgegen! alter! da hab ich schon mal gefahren da hinten die haben ein riesen teddy gewonnen toll! vom ghost rider hat der genug gedrückt? bei dir kann man nie genug gedrückt nein! ja 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 da hab ich schon mal auf! ja da hab ich schon mal auf! Wir sind hier in der Nähe des Flusses. Das ist ein bisschen schön, aber es ist ein bisschen schön. Das ist so schön, es ist so schön. Ich würde niemals versuchen, dass ich eine Frau aus dem Bord. Ein ganz schönes Bord. Eines von den ganzen Rundfahrgeschichten hätte man aber noch mal anders platzieren können. Achtung! Achtung! In der Richtung einer Geschwindigkeit! Here we go! It's ready! Wooh! 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 Verstehen wir noch die Hälfte? Ja los, komm! Wooh! 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 So, dann haben wir schon, das sind wir wieder! Du, 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 du! Jetzt könnt ihr so ein Synchronvideo machen! Beide nebeneinander, links, rechts, vorne, hinten! Ja noch mal was!